Wir müssen weißen, wer sich für den zweiten Schwachen hält. Wer sind Sie? Ich bin Michael Jackson von den Jacksons. Und ich bin Oma Simpson von den Simpsons. Du hast ganz bestimmt schon mal von mir gehört. Ich bin ein sehr berühmter Musiker. Oh, natürlich hab ich das. Man müsste ja hinter dem Mond leben und noch nie von dir... Wie war nochmal gleich der Name? Michael Jackson. Sag mir gar nichts. Kennst du MTV? Nein. Motown? Beat It. Die Beatles. Thriller. Was war das letzte? Thriller. Und was ist damit? Billie Jean is not my lover. She just the girl who says that I am the one. But the kid is not my son. Wow, wie machst du denn das los mit den Füßen? In Moonwalk? Nein, das mit den Füßen. Pass auf, du hebst die Ferse ein wenig an, dann gibst du etwas Druck auf den Ball. Du scheinst ein netter Typ zu sein. Warum haben sie dich eingesperrt? Ich hatte ein rosa Hemd dran. Ich verstehe. Sie haben mich auch wegen meiner Kleidung eingesperrt. Was hattest du an? Einen weißen Handschuh besetzt mit Glasperlen. Verrückt.